Liebe M-Städtnerinnen und M-Städtner, am Sonntag, den 26. September, finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Bundespräsident Frank-Falter Steinmeier sagte sehr treffend dazu, es geht um vieles bei dieser Wahl. Wenn Sie wählen gehen, geht es darum, was Ihnen wichtig ist. Wenn Sie nicht wählen, entscheiden andere. Und es sind auch ganz, ganz viele Leute gespannt auf das Ergebnis dieser Bundestagswahlen. Aber erst einmal heißt es, wählen wir. Daher werden wir ab kommendem Montag, den 30. August, auch unser Wahlbüro hier im Hof Deitmer für Sie eröffnen. Die Vorbereitung und der Aufbau erfolgen derzeit auf Hochtun. Wenn Sie am 26. September keine Zeit haben, ins Wahllokal zu gehen, kommen Sie gerne hier vorbei und machen von Ihrem Briefwahlrecht Gebrauch. Und zwar immer vormittags und zwar montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und montags bis donnerstags, also nachmittags, von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und eins ist ganz wichtig, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Nutzen Sie Ihre Stimme und gehen Sie wählen. Und eins ist ganz wichtig, nutzen Sie Ihre Stimme und gehen Sie wählen.